Der Auftrag für meine Bachelorarbeit ist von der Firma Nitrochemie AG mit dem Sitz in Wimmisco. Sie stellen Treibladungspulver für Munitionsherstellung her. Der grösste Teil der Verpackung von Treibladungspulver erfolgt grösste Teil durch Handarbeit. Was aber sehr gefährlich ist, wollte der Auftragsgeber ein neues Konzept der ganzen Verpackung und eine neue Verpackung konzipieren. Meine grösste Herausforderung war, dass Treibladungspulver hoch explosiv ist. Darum wollten viele Lieferanten, Maschinen und Förderungsanlagen mit mir nicht arbeiten. Am meisten hat mir gefallen in meiner Bachelorarbeit, dass ich viel vom Studium einsetzen kann. Zum Beispiel die Fähigkeiten, die ich in Produktentwicklung und Projektmanagement gelernt habe, gut anwenden kann.